Die Handwerksbetriebe in Baden-Württemberg leiden derzeit unter den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. Aufträge werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben oder gar ganz abgesagt, da sich auch die Auftragsgeber in einer finanziell unsicheren Situation befinden, so die Verantwortlichen der Handwerkskammer Reutlingen diese Woche. Es gibt aber auch gute Nachrichten. Seit dem 1. Januar bekommt nun ein Absolvent, eine Absolventin der Meisterprüfung hier in Baden-Württemberg 1.500 Euro Unterstützung. Wir haben bereits 140.000 Euro jetzt ausbezahlt an die Antragsteller. Damit will man die Ungleichheit akademischer und beruflicher Bildung, die wir ja immer angeprangert haben, abbauen. Die Einführung einer Prämie wurde von den Handwerkern im Land lange Zeit gefordert und von den Handwerkskammern unterstützt. Es ist gelungen, im Gespräch mit Ministerpräsident Kretschmann ihn von der Notwendigkeit und Nützlichkeit dieser Prämie zu überzeugen. Ergänzend zur Meisterprämie plant die Landesregierung in Zukunft auch eine Gründungs- und Übernahmeprämie für Jungmeisterinnen und Jungmeister einzuführen. Wie diese genau aussehen soll, sei noch unklar, so eisert abschließend.